Hi Lokos, was geht ab Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute verbinde ich die beiden Spiele, die mich am meisten aufregen. FIFA und Fortnite, denke. Und Fortnite-Kinder, also ich hoffe keine Kinder, weil ich gehe spät in diesen Stream rein, entscheiden mein Draft. Ich hoffe, das wird nicht Katastrophe, aber ich habe das Gefühl, es wird Katastrophe. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt, einen Daumen nach unten, wenn nicht. Und abonniert den Kanal. Row 2, wie viele haben wir jetzt? Wie viele Abonnenten? 380.000 geknackt. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Los geht's. Nicht ganz normal, Chad, nicht ganz normal. Wir werden natürlich nicht jeden Pick von Leuten aus Fortnite aussuchen lassen. Nur die Picks, die geisteskrank sind. Das heißt, wenn eine Icon da ist, dann lassen wir den Fortnite-Spieler entscheiden, wen wir nehmen dürfen. Wir fangen an mit dem Wichtigsten, die Formation. Gib mir eine gute Formation jetzt. 433 zurückgezogen ist okay. Ja, doch, ist okay, ehrlich. Ah, es geht. Aber es ist ein Hero. Das heißt, der Fortnite-Spieler entscheidet. Nicht ich. Hallo? Hallo? Könnt ihr reden, ja oder nein? Te calles, que te calles. Welche Sprache? Espanol. Ah, si, 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 okay. Puedes, äh, hablas, äh, 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 ingles? Un poco. Tu, äh, ähm, tu... Digga, mein Spanisch ist so schlecht. Äh, 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 äh... Look, football? Yes. Oh, okay. Okay, I say you, five players, and you say who's the best, okay? Mané, Tuliso, you know Leungberg? No. You know De Vrij? No. You know Cahill? No. Ninguno. Okay, okay, you know Mané, yes or no? Mané from Bayern. No. What is your best football player in the world? Miss him. Okay, I like you, man, I like you. Okay, then say one or two, five. One, two, three, four or five. Eh, two. Two! Du Hund. Yes. Du Hund, du. Er hat mir Tuliso gegeben, Digga. Tuliso, bro. Okay, ist egal, ist egal, ist nicht schlimm. Hätte auch schlimmer sein können. Das war jetzt nicht ein geisteskranker Pick. Komm schon, gib mir jetzt ein geisteskranker, bitte. Mbappé, Ronaldo, bitte, bitte gib mir nicht Ronaldo, Al Nasser, ich kann hier nicht linken. Bitte gib mir Mbappé, einer, der mir Mbappé gibt, bitte. Hallo? Hallo? Reden, ja oder nein? Kann einer von euch reden, ja oder nein? Ich mache so Auge auf die Runde, hoffentlich verliert ihr alle, hoffentlich verliert ihr alle, hoffentlich verliert ihr alle. Hopefully you lose, you ugly ass, bitch ass. Oh. Hello. Hello. Deutsch. No, Englisch. Hallo. Ah. Hallo. 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 Hey. Hey. Ein Deutscher, okay. Ein Deutscher. Doch, doch, Deutsch, 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 Deutsch. No, 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 no. What the fuck? Where are you from, guys? Ach, da hat nach Auge, der kleine Zigeuner. Oh, nee. What? Zigeuner? Can you speak English? No. Yes, a little bit, I can speak English. Where are you from? Rumänia. Can the one not, äh, art, kann der nicht so laut atmen in sein scheiß Mikrofon, Digger? Ey, welcher Spieler ist besser, Cristiano Ronaldo oder Mbappé? Ronaldo. Oh, nein, die ganze Zeit, der kleine... Was sagt der andere? Oh. Ronaldo. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Messi scheiße. Ronaldo ist scheiße. Warte, du hast gesagt, Messi ist scheiße? Hast du gesagt, Messi ist scheiße? Ja, Messi ist scheiße. Dein Vater ist scheiße. Ich übertreibe nicht. Und die sagen auch noch Ronaldo, Bro. Ich wusste, dass passiert. Jetzt muss ich Cristiano Ronaldo nehmen. Mann, Digger, Mbappé wäre so gut gewesen. Linker Flügel, komm schon. Oh. Hahaha. Ja. Es ist kein Toti oder Digger. Ja, ich kann Mbappé einfach so nehmen. Ich muss kein scheiß Fortnite-Kind fragen. Äh. Kein nettes Fortnite-Kind fragen. Dass es kein Toti oder so ist. Und hier dasselbe. Ich nehm Foden mit. Zweiter Mittelfeldspieler. Dünnschiss. Erster ZDM. Komm schon. Ah. Oh. Also hier kann man gar nicht reinscheißen. Außer einem Mann nimmt Marquez. Gott, beim Kacken, Digger. Bisschen singen. Wer kennt's nicht, Digger. Und, wie geht's euch zu? Kennst du Messi? Privat? Ich mein, kennst du... Also, kennst du... Digger, er hört sich voll an wie so ein Streamer, Digger. Hä? Äh, wie kann man sich wie ein Streamer anhören? Was zur Hölle? Digger, Dabrin, hörst du das nicht? Ja, aber... Kennst du den Streamer Hamed? Nein. Vertrauen wir, der Geil. Hamed was? Einfach Hamed. Nee. Hamed Loco? Loco? Ja, achso, den kenn ich. Ja, doch, den kenn ich. Vertrauen wir, du hörst dich genauso an wie er. Jetzt laberst du Müll. Ey, ich sag euch jetzt fünf Namen. Das sind alles Fußballer und ihr müsstet mir den besten sagen, okay? Petit? Kennt ihr Petit? Nee, der Geil. Nein. Kennt ihr Philipp Lahm? Ich, ich kenn ihn. Kennt ihr Kanté? Ja. Kennt ihr Makelelele? Ja, vom Namen her. Kennt ihr Marquez? Äh. Wer ist der Beste von denen? Natürlich Kanté, Digger. Schokobon, du sagst es. Das heißt, ich kann Schokobon mitnehmen. Und ich nehme ihn gerne mit. Digger, das ist... Angolo, Angolo, Kanté. Okay, jetzt die Frau, jetzt die Frau. Ja, Laurin, Digger, du musst jetzt hier vor allem was heißen, Digger. Janko, Cancelo, Cap de Vila. Sind das jetzt Fußballspieler oder was? Ja. Ne, Automarken. Chayo, Henrique oder Robertson. Ich kenn die alle nicht. Ja, dann sag einfach einen Namen von denen, den ich gerade gesagt habe. Chayo, Luka, Terror. Ja, gut, ey. Laurin, du bist es, Digger. Du bist der Ball. Das ist der Beste. Was ist ehrlich jetzt? Das war der Beste. Das war der Beste. Und nächster Pick. Ah, Müll-Pick, leider. Wir nehmen Thomas, weil er hat einen lustigen Namen. Zweiter Innenverteidiger. Oh, ja, Marquinhos kann man nehmen. Ey, da müssen wir jetzt nicht extra wen fragen für. Und, Rechtsverteidiger? Komm, eine Eiken. Toti Hakimi! Toti Hakimi, bitte, 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 Hakimi. Bitte, Hakimi, bitte. Ich brauche Hakimi, ich brauche unbedingt Hakimi. Ich brauche unbedingt Hakimi. Hello. Hi, yo. Du kannst du sprechen oder nicht? Du kannst du sprechen? Oui. Du, du français? Du quasi. Ich werde dir 5 Spieler de, du foot. Qui ist der Beste? Ashraf Hakimi oder Alexander Arnold? Alexander Arnold. Nein, das ist eine Blocke. Nein! Hakimi ist der Beste! Ich sage Alexander Arnold ist besser. Meine Fresse, denn ja. Ich kriege einen Franzosen und statt, dass er Paris-Paris... Ein Papier nimmt, Hakimi. Oh, mein Kopf ist schon weg. Er nimmt Alexander Arnold. Jetzt auf die Auswechselbank. Bitte, gib mir gute Spieler. Okay, Lotharie. Ich brauche Eiken Toti oder so. Eiken, hol it! Oh, oder Garincha? Hallo, yes, I'm Ken Talk. What do you speak? I speak a little bit English and I come from Germany. Germany? Yeah, ich kann Deutsch halt. Yes, I think you can speak German, but your name is German. Und, ähm... Bruder, sag einfach auf Deutsch. Bruder, sag einfach auf Deutsch. Fick! Man, du bist ein Arschloch. What? Wie heißt du's? Dominik. Aber das Ding war zu teuer. Du hast auch... Ist doch massig Cominic. Das war kein Witz. Das ist die Realität. Das ist ganz satt. Ach, du heißt ehrlich Cominic. Ab und zu werde ich Cominic genannt. Das ist nicht so schön. Ich habe jetzt fünf Fußballspieler und du musst mir den besten von denen sagen, okay? Frulit. Sag mir nix. Marcos Alonso. Sag mir nix. Kasemiro. Milinkovic Savic. Fuck. Ja, okay. Sag mir auch nix. Garincha. Mario. Marcos Alonso. Ja, genau. Deine Mutter, Cominic. Deine Mutter, Cominic. Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe... Ich habe... Ich habe keine Ahnung. Das sind zwei Leute. Cominic. Cominic, Mann. Marcos Alonso. Digga, der Schlechteste. Der absolut Schlechteste. Jeder andere. Aber Marcos Alonso, Bro. Eike Toti. Eike Toti. Maachment. Wer ist ruski? Ruski? Sprich. Ja. Ich rufe einen Freund an, der Russisch spricht. Ja, du sprichst. Uressisch schnell übersetzen. Russisch, okay? Sag mal. Ich sage dir fünf Fußballspieler. Und du sagst mir den besten auf Russisch. Ich habe Dir... äh... ...sechaue... ...füße... 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 ...構Tenspicious. ...vie deploying create to 바� Er hat ja gesagt. Okay, okay. Okay, Lewandowski, Makelelele, Courtois, Ococha, De Vrij. Digger, machen wir es einfacher. Sag mal, er soll eine Zahl zwischen 1 und 5 sagen. Skasche Nummer. Er hat Adin gesagt. Eins. Eins? Nein. Putin, Putin, Wladimir Putin, Wladimir Putin. Digger, er hat Lewandowski genommen, Mann. Warum nicht Makelelele? Das wäre so eine gute Icon gewesen. Oh, Mann. Oh, Benzema. Bitte, Digger. Bitte gib mir einen, der Benzema sagt. Hallo. Wie geht's? Okay, sehr gut. Selber? Geht so, ja. Okay, ich sag dir jetzt 5 Fußballspieler und du sagst mir den besten von denen, okay? Ferran Torres, Lava, Benzema, Reinildo oder Vlahovic? Ja, auf jeden Fall Torres. Ferran Torres? Ja. Ferran Torres habe ich bekommen, Chat. Erf in den Chat. Nächste Pick, komm schon, gib mir mal was Gutes. Oh, Luzo. Oh, Luzo, Toti, Aiken. Hallo? 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 Where are you from ? And you lost the World Cup Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Such mir jetzt nen Spieler aus, ist mir egal, ich nehm Prolit Was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Na man Okay, okay, kein Toti, kein Eikind, kein Nichts, jetzt aber, Nichts, nehme ich mit, wegen gegen Rassismus und so, Chat, dass wir auch ein paar Schwarze haben, Ricken ist nicht gut genug als Hero, ich nehme Guyeri auch wieder gegen Rassismus, oh, Modric, ey, kriegen wir noch einen Toti, ah, aus Versehen, aus Versehen, ich habe dich gedrückt, mein Control hat automatisch Wuffer angenommen, reicht jetzt mit gegen Rassismus, oh, Diogo Dando ist okay, ich kriege gar keinen mehr, Ja, okay, wir machen dann da, okay, zum Ende war es nochmal sehr, sehr dünnschiss, kann man sagen, das Team an sich ist eigentlich ganz gut, immerhin haben wir auch ohne bekommen, auch wenn ich ihn mir eigentlich einfach nur genommen habe, und damit gehen wir jetzt in das Draft rein, ja, okay, Digga, komm, Ronaldo, komm, ja, Kiliat, die Chance, 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 Das könnte die Gelegenheit geben. Oh mein Gott, du hast auch eins kassiert. Glück. Guck mal, was für ein Scheiß rauskommt. Zwei Tore kassiert, Digga. So schlecht, wegen dir verlieren wir. Ja, wegen dir haben wir verloren, oh mein Gott. Oh mein Gott! Vielleicht kriegen wir dort ein gutes Pack? Jumbo Gold Pack! Oh mein Gott! Was ist das Jumbo Gold Pack? Ja, ich bin gut. Die Dossi Duh. Ich bin gut. Ich bin gut. Vielen Dank.